Wir sind jetzt in Magesina und werden noch die Burg besuchen. Schaut mal, da ist die Burg und da gehen wir jetzt mal rein. Die Burg von oben? Ja 6 Euro ist mal dabei. Das tun wir uns mal an. Es wird gerade ein bisschen regnen, aber egal. Wie gesagt, für 6 Euro sind wir dabei und jetzt besichten wir mal die Burg hier. Der Kollege war schon mal da. Oben rein halten, oben. Ja. Die Burg und Magesina. Wo geht es hier hin? Ah, da kannst du runter gucken. Ja. Schöner Olivenbaum hier. Wasserdruck. Ja. Schön. Schöner kleine Burg. Und hier war der Goethe auch schon zum Strich. Was gehört alles noch mit dazu? Ja. Ja. Hier unten steht Exit, also müssen wir praktisch Erster Nau. Ja. Okay. Schöner Burg am Gardasee. Da drüben haben wir geborgt, da müssen wir rüber. So, fahren wir mit dem Schiff wieder rüber. Schön hier. Wunderschön. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Hier ist wahrscheinlich die Ausstellung noch. Ja. Oh. Oh, alt. Aha. Ja. Haben die alles hier gefunden im Wasser, die Taucher. Oh, altes Zeug. Haufelbohr. Versteigen wir den Tonnen? Ja. Ja. Get up. Mhm. Danke. 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 Das war ein Schießschaden, oder? Ja, Schießschaden. Danke. Schön eng hier. Solche Löcher liebe ich. Eng, feucht und dreckig. Jetzt einen schönen Blick auf den Gardasee. Gewehr. Gewehr. Oben. Gewehr. Leider bisschen Regen, aber nicht so schlimm. Ja, das ist die Turmglocke hier. Ja, vorher waren wir bei der Tour hier oben. Monte Balgo Hasel. Schön interessant. Führen wir ganz schön lange hier auf. Bis zur Mittelstation und dann bis ganz rauf. Ja, so. Wir werden jetzt wieder aufs Schiff steigen und aufs andere Ufer übersetzen. und weiter Richtung Süden fahren. Hier am Gardasee. Bleibt dran. Lass mein Abo da. Bis zum nächsten Video. Ciao.